PAWL 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 Hello! Servus und willkommen zurück zu Open Game Night. Ich bin der Mo. Ich bin der Paul. Und wir spielen Alien Astellation. Und der Paul ist immer noch am Drück, ja? Ja, ich hab keine Ahnung grad, wo ich hin muss. Aber ich glaub, ich schätze, ich tendiere... Nicht hierher. Okay. Nicht hierher, nein. Okay. Und du hast davor angezeigt, wo das war, als wir auf der richtigen Etage waren. Okay. Äh, äh, switch mal nochmal durch die Stadtwerke. Äh. Da. Wo ist das? Ah. Aber... Wo? Ah, durch Siegen-Communications zurückflüchten. Okay. Ist ja das. Ja. Da müssen wir jetzt wieder zurück. Gut. Was ist denn mit meiner Energie passiert? Ich weiß es nicht. Das hat niemand erwischt eigentlich, ne? Nö. Wir sind irgendwo runtergefallen. Nichts angefasst, was Strom hat. Ich hab keine Ahnung. Okay. Okay. Über dir. Vielleicht. Lieber nicht direkt drunter durchgehen. Ja. Und dann sind wir nicht mehr im eingeschränkten Bereich, oder? Sollten wir zumindest nicht sein. Das heißt, die Cyborgs sollten uns dann wieder in Ruhe lassen. Theoretisch. Oh, die haben mich gesehen, ja. Haben sie dich gesehen? Na ja, da kommt jetzt was. Oh. Das ist doch mal schön. Das hätten sie bei Outlast auch machen können. Na wundervoll. Läuft hoffentlich noch ne Weile. Es ist links auch noch einer. Ne, ich glaub der ist noch in diesem Raum. Hm. Ja, er war das. Jetzt wäre eigentlich der Moment, jetzt dreht uns gerade den Rücken zu. Ja, ich bin richtig auf jeden Fall. Okay, das heißt links runter und dann geradeaus. Mhm. Aber links würde mich interessieren, was da ist. Ist das das Fien in Lüftungsschächten? Mhm. Ja, er geht jedenfalls wieder. Ah. Oh oh. Es ist das Fien in Lüftungsschächten, Mann. Mhm. Ja, das ist aber mal vorbeigegangen. Und jetzt rechts und dann geradeaus. Dann ist es gut, dass ich nicht in den einen Schacht neigstiegen würde. Mhm. Ich muss auch grad zeigen. Jawoll. Du musst hier sein. Ja. Mhm. Okay. Oh oh. Es folgt dir. Mama. Ich bin jetzt eine Mutti. Oh Gott. Das heißt da ganz außen rum. Mhm. Hm. Okay. Tun die dir jetzt eigentlich noch was? Ja. Schon noch, oder? Ja. Ach, da brauchen wir wieder diesen Ionenschneider. Was sagt der? Oh, da ist es. Vielleicht kommt der jetzt. Und? Ach komm. Komm. Also der greift mich auf jeden Fall an. Mhm. Das ist keine Antwort. Oh oh. Autsch. Okay, das ist drin. Fuck! Na wundervoll. Shit. Ich hab die Saber nicht mehr gesehen. Ja die war auch irgendwie weg, ne? Weiter geht's. Oder Missionsspeicherstand laden. Schau mal runter. Was zeigt der? Na den aktuellen muss ich. Ja was ist Missionsspeicherstand? Okay, ne dann. Dann aktuellen. Fuck. Ja ist das erste mal verreckt aber. Ja. Na gut. Ich hab auch nur halt viel gemacht. Ach hier wieder. Ja. Gott. Na komm hier. Mir sind die Bilder noch gar nicht aufgefallen. Welche Bilder? Bei den Aufnahmen. Die Köpfe. Naja. Du bist ein Tier. Mhm. Oder hast du einfach zu viel Freizeit vorbei? Das ist nett. Das kannst du mir glauben. Renn einfach durch. Vielleicht geht's ja. Ich glaub das ist auf dem Weg zu dir. Also mal schön weiter. Nee glaub ich nicht. Gut. Aber schade, dass das Vieh die Cyborgs nicht hochzieht. Das wär cool gewesen, wenn sie unter so einem Lüftungsschacht durchlocken können, wenn so ein Vieh hoch drin ist. Mhm. Duck dich mal und versteck dich hinter der Kiste. Habe ich eine andere Möglichkeit? Nein, hab ich nicht. Nee, dafür brauchen wir diesen Ionenschneider ja genau. Genau. Und da versteckst du dich jetzt mal schnell hinter den Kisten. Der ist weg. Ah, geht weiter. Kannst du da rechts rein? Musst du fast. Weil sonst kommst du da nicht durch. Ja. Musst hier durch. Verdammt. Oh. Den einfach umgehen sozusagen. So. Boah, ich hab grad gedacht, da sitzt einer. Das Spiel ist außergewöhnlich gut, aber ich hätte so Lust, so viel Blödsinn eigentlich zu erzählen. Aber ich trau mich nicht. Das ist nicht da oder was? Nein. Oh-oh. Was ist denn das? Anrufregister. Ach, ist mir egal. Ach, mein Hiwi. Androider verhält sich seltsam. Er hört auf keine meiner Anweisungen. Bitte warten, ihr Anruf wird umgeleitet. Bin in meiner Wohnung Draußen steht ein André dann Apollo Bitte warte Sehr gut Name der Kehre auch jemand meinen Laden aus Ah ok Es hat ihn getötet Ach die Scheiße Was sagt Zubehör? Auch nix oder? Nein Ah da kannst du vielleicht Strom umleiten Was ist denn so'n Scheiß? Yeah Hm Ne lasse es so Gut Da geht wieder der Android durch die Gegend Der kleine Wichser Oh da ist er Direkt vor dir Jetzt geht er wieder Ok Da weiter Oh oh Merkwürdig Oh nein In den Lüftungsschacht Klick 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 Ah Vielleicht kommen wir da Oh 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 ok funktioniert was sagt die karte ok wenn irgendwie ein scheußzamt laufe kommst du auch nicht unter dem rohr durch oder ich nehme an das ist der cyborg ja dann mal kommst du da weiter hinten raus ja sehr gut und da ist das erinnerung hatte ich gesehen ja dann einfach darum dass es hier ist und da ist noch ein anderer ok jetzt raus wo sie hin geradeaus Da hoch Sehr gut, Aufzug Booyah Läuft Wundervoll Das Schlimmste ist, es ist eine Riesenstation So, da muss ich jetzt auf Spielelogik zurückgreifen Eine Riesenstation, wo keiner ahnt, wie viele Menschen und wie viele Quadratmeter das sind Und das Viech läuft genau da entlang, wo ich bin Natürlich, sonst wäre es langweilig Und es sind auch so viele Überlebende angeblich übrig Sonst würde es ja wahrscheinlich nur Isolation heißen Und ich glaube, viel lebt da nicht mehr Oh mein Gott Genau So Gucken wir mal, ob es das weitergeht Mich so wollen euch helfen Was war das? Star Wars Episode 1 Das Viech ist schon wieder da Natürlich Das riecht dich Wo müssen wir hin? Grados Ah Gott Und wo jetzt? Hinter dir ist auch noch ne Ok Da ist noch ne Tür Ah So, müssen wir da lang? Ja 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 ok Wunderbar So, welcher war das? Was steht da? In den Nehmen sie den Transit zum Zum Schmiedturm Schau mal nach oben Da Direkt rechts jetzt Nein, hinter dir Da Nein Oh Und da durch wieder den Knopf drücken Wie wird denn das Viech kommt jetzt? Schaut noch gut aus Und die Tür sind Und die Tür sind Ja Yes Der Schmiedturm Was auch immer das sein soll Sie sollten nicht hier sein Aber Am liebsten einmal auch in der Karibik Aber manche Dinge müssen wir halt machen Rumsaufen Und plündern Rumsaufen und plündern Andere Schiffe kapern Ja Mann Irgendwo habe ich mal was gelesen Irgendwo gibt es doch auch so Piraten Somalia glaube ich Ich weiß es gar nicht Und da nimmt die Armee Oder je nachdem wer gegen die kämpft Ich glaube Was spielen sie ab? Ich bin mir gar nicht ganz sicher Ich glaube Britney Spears oder Justin Bieber spielen sie Um Piraten abzuschrecken So geil Mann Wenn es wirkt Ja klar Yeah So Ja Hallöchen Oh oh Armes Kind Das ist Rippley Hey Bitch Es geht Es geht Sie muss versorgt werden Die Krankenstation ist in der Nähe Aber ich wollte sie nicht alleine lassen Ich werde nachsehen Mal sehen was ich finden lässt Sie bleiben bei ihr Gibt es den Speicherpunkt? Ich werde versuchen den Funkverstärker zu reparieren Was wenn diese Kreatur kommt Verstecken Unbefugter Sicherheitsverstoß registriert Transitsystem auf Anweisung Apolyos abgeschaltet Na wundervoll Gut Speichermann Heißt du einen rechten Schissglazer? So Und was auf der Krankenstation passiert Sehen wir in der nächsten Folge von Open Game Night Ich bin der Mo Ich bin der Paul Und machs gut Fiat di See ya's Ah Ah Ah